Und Lea Wagner für uns in Hartford. Lea, Nagelsmann hat ja von einem außergewöhnlichen Spirit gesprochen. Deswegen erstmal die Frage, wie ist denn die Stimmung vor Ort? Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also die Trainingseinheiten, die wir beobachten konnten, die erste war komplett zugänglich für Medien und die danach immer nur die ersten 15 Minuten. Da hat es schon sehr so gewirkt, dass alle in der Mannschaft extrem motiviert sind und extrem wissbegierig. Also, dass man alles aufsaugt, was der neue Trainer versucht zu vermitteln. Er hat wenig Zeit dafür und umso intensiver waren auch die Einheiten. Es ist Nagelsmanns Debüt. Wir haben eben einen Beitrag gehört. Der letzte Sieg gegen die USA liegt 30 Jahre zurück. Wie stehen denn dann die Chancen heute? Ja, einen Unentschieden gab es zumindest noch nie zwischen den USA und Deutschland. Und ich meine, 30 Jahre, das ist ja kein wirklicher Vergleichswert. Auch das letzte Gastspiel gegen die USA in den USA ist schon über zehn Jahre her. Da waren noch ganz andere Charaktere auf dem Platz, beispielsweise Max Kruse damals noch. Deshalb kann man wahrscheinlich nicht so richtig aus der bisherigen Bilanz was für heute schließen. Aber ich glaube, die Chancen stehen ganz gut. Zum einen, weil Julia Nagelsmann einen guten Spirit in die Mannschaft gebracht hat. Ich bin sehr gespannt, was heute schon davon zu sehen ist, was er sehen will, was die Spieler schon umsetzen können. Julia Nagelsmann ist ja dafür bekannt, dass er auch gerne mal taktisch überfrachtet. Das bedeutet, dass er die Spieler teilweise bewusst überfordert mit dem, was er sehen will, um einfach jeden bei der Stange zu halten, jeden aufmerksam zu halten. Das hat er versucht, diese Tage nicht zu machen. Das kam so ein bisschen bei den Gesprächen mit den Spielern raus. Thomas Müller hat mir gesagt, er hat das Ganze so ein bisschen eingekocht im Vergleich zu seiner Bayern-Zeit. Also hat versucht, seine taktischen Anforderungen so weit weniger komplex zu halten, dass er das eben vermitteln kann innerhalb dieser wenigen Tage. Dass wirklich alle verstehen, was er sehen will. Und ich denke, das hat er auch geschafft. Zumindest haben die Spieler, mit denen ich gesprochen habe, das gesagt, dass er schon hohe Anforderungen hat, aber sein Plan sehr, sehr klar ist und verständlich. Und was er jetzt morgen bzw. heute schon sehen will, gestern war es morgen, als ich mit Julia Nagelsmann sprechen konnte, das sind Grundprinzipien. Das sind nicht wirklich taktische Dinge, sondern da geht es darum, wie man sich verhält, wenn man den Ball verliert, dass man dann nacharbeitet. Er nennt das Anschlussverhalten. Also wenn ich den Ball verliere, wie ich dann agiere, wie ich Konter besser absichere, wie ich aggressiv spiele, aktiv spiele, all das möchte er sehen. Und ich denke, das hat er den Spielern klar vermittelt. Und dann kommt natürlich dazu, dass er auch selbst wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt sein wird. Ich meine, mit seinen 36 Jahren, sein Debüt als Bundestrainer. Also er freut sich drauf. Was hattest du denn im Gespräch mit ihm für einen Eindruck? Wie groß ist gerade der Druck auf Julian Nagelsmann? Ja, ich habe ihn gefragt, inwieweit diese Mischung aus Druck und Aufregung und Anspannung besteht. Und er meinte, Druck noch nicht so richtig. Natürlich entsteht dann Druck, weil gerade als Bundestrainer, da gibt es sehr viele Meinungen in Deutschland zu. Viele gucken da drauf, vor allem nach dem Auftritt von Rudi Völler als Interimstrainer in Dortmund, wo man ja Frankreich sensationell besiegen konnte. Aber jetzt ist es erst mal so, dass er sich freut. Nervosität war gestern noch nicht vorhanden. Er freut sich einfach darauf, weil er auch weiß, was es für eine Ehre ist, dann hier stehen zu dürfen, das erste Mal die Nationalhymne zu hören und eben als Bundestrainer an der Seite gehen, hier zu stehen. Ich glaube dennoch, dass es sehr wichtig ist, dass die Mannschaft heute vor allem sehr gut auftritt, begeisternden Fußball spielt und dann im besten Fall auch noch gewinnt. Und da hat Nagelsmann auch gesagt, dass es natürlich die Kombi, die am erfreulichsten wäre, aber auch sehr, sehr gut zu spielen und unentschieden zu spielen oder zu verlieren, wäre auch besser, als schlecht zu spielen und zu gewinnen. Also es kommt eben nicht nur auf Ergebnisse an, sondern es kommt auch darauf an, dass die Nation sieht, dass die Fans sehen und eben auch die Mannschaft merkt. Die Spielidee, die der neue Trainer hat, die funktioniert und führt zu erfolgreiem Fußball. Wie wichtig ist denn dieses Spiel, wenn wir auf die EM 2024 gucken? Mats Hummels hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Mit ihm konnte ich vorgestern sprechen und er hat gesagt, Testspiele gibt es eigentlich nicht mehr. Also es sind nur noch so wenige Monate bis zum Start der Heimeuropameisterschaft. Deshalb hat kein Spiel mehr diesen Testspielcharakter. Wir probieren ein bisschen was aus. Wir setzen mal den ein, mal den ein und gucken, wie der so drauf ist oder versuchen taktische Formen, um ein bisschen rumzuprobieren. Sondern es geht jetzt wirklich darum, sich selbst Vertrauen zu holen für diese Heimeuropameisterschaft und auch die Fans wieder mitzunehmen. Also da kann man schon sagen, dass es wichtig ist, was hier heute passiert. Und dennoch muss man sagen, es ist noch weit entfernt. Und auch die Startelf, die heute beginnen wird, wird noch keine Aufschlüsse darüber geben, wie dann letztendlich die Startformation aussehen wird, wenn wir wirklich unser erstes Gruppenspiel dann bei der Europameisterschaft bestreiten. Das ist einfach noch zu lange hin. Da gibt es Leistungstiefs in der Bundesliga immer mal wieder. Dann gibt es Verletzungen. Joshua Kimmich heute, den ich schon als Achse betiteln würde unter Julian Nagelsmann, der wird auf ihn setzen, der fehlt aufgrund einer Erkältung, hat vorgestern beim Training zugeschaut. Gestern ist er komplett im Hotel geblieben. Also mal gucken, was man da schon beobachten kann und welche Schlüssel man letztendlich wirklich dann auch für die Europameisterschaft ziehen kann. Mal gucken. Große Spannung auf heute Abend. Vielen Dank fürs Einstimmen an dich, Lea Wagner.